Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einige Push-Up Übungen an der Pull-Up Bar. Die meisten von uns haben zu Hause im Türrahmen so eine Klimmzugstange. Meistens werden damit auch nur Klimmzüge trainiert. Dabei bietet so eine Stange auch die Möglichkeit Push-Up Übungen auszuführen, da wir die Höhe der Stange beliebig anpassen können. Manchmal sind Ideen so einfach, dass man selbst nicht drauf kommt. Ich zeige euch jetzt wie und wofür ihr einige Anfänger Push-Übungen an der Klimmzugstange machen könnt. Ich zeige euch jetzt. 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 Achtet natürlich darauf, dass die Stange sicher und ordnungsgemäß angebracht ist. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einige Ideen für euer Training mitgeben konnte. Nutzt ihr eure Klimmzugstange auch anders? Dann schreibt mir doch eure Ideen in die Kommentare. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut und haut rein, euer Boba.